Die Frage, ob ich schwul bin, hab ich in der Schulzeit kontinuierlich bekommen. Wenn ich gesagt hab, ich bin schwul, dass sie das scheiße finden. Und wenn ich sage, ich bin hetero, dass sie mir das nicht glauben. Für mich ist Make-up wie ein normales Outfit, sag ich das mal, aber einfach nur eine Erweiterung davon. Dann hab ich bemerkt, das können Jungs genauso wie Mädchen. Das kann jeder machen. Das war's, das war's.